Her mit deinem neuen Bundespräsidenten und ab in den offiziellen Ruhestand mit dem Herrn Van der Bellen. Man munkelt ja, dass er ein bisschen amtsmüde ist. Aber was er sich denkt, das ist ja wurscht. Weil die First Lady, die hat jetzt erst richtig Blut gelegt. Die Doris. Und da ist es wie bei den Nehamers daheim. Von zwei muss einer Kommandant sein. Und in der Präsidentschaftskanzlei, da heißt die Kommandantin Doris. Und die wird ihn schon hineintreiben in diese zweite Periode. Und die anderen Parteien, die werden ihm auch alle einen Stösser geben. Weil was Besseres kann ihnen gar nicht mehr passieren, als der Herr Van der Bellen. Und er ist regelrecht zusammenkonfiguriert für die Bedürfnisse des politischen Establishments, dass es nicht gut meint mit den Leuten. Und da werden wir dagegen halten. Da habe ich ein ganz anderes Anforderungsprofil an einen freiheitlichen Kandidaten. Das muss einer sein, der mit dem Wecker und nicht mit dem Defibrillator aufwächst. Das muss einer sein, der vital ist, der wach ist, der schnell ist, der beweglich ist. So etwas brauchen wir in diesem Land. Das muss einer sein, der so wie wir ein großes Herz für die österreichische Bevölkerung hat und ein Gegengewicht darstellt zum politischen System, statt dass er sich selber da drinnen auch noch einnistet. Das muss jemand sein, der viel, viel näher am Volk ist, als bei diesem Zirkling der Mächtigen, wenn ihr wisst, was ich meine. Und es muss derjenige sein, der die Freiheit bewahrt und die Schönheit der Verfassung verteidigt und schützt, wenn es darauf ankommt und nicht nur in irgendwelchen Sonntagsreden hochleben lässt. Das ist zu wenig. Wenn es einen Frontalangriff gibt auf unsere Freiheiten, dann muss der Bundespräsident in der ersten Verteidigungswelle stehen und sie nicht feig irgendwo verkriechen in seiner Hofburg. Und noch was muss er wissen. Ein gesundes Land braucht nicht nur eine gesunde Luft, ein reines Wasser und einen sauberen Boden, sondern das braucht auch eine saubere Politik. Und da höre ich auch nichts vom Bundespräsidenten, obwohl einer der angeblich staatstragenden Parteien der Sumpf schon bis über beide Nasenlöcher steht. Ja, liebe Freunde, was ist denn an dieser Volkspartei staatstragend? Das Einzige, was die tragen, ist den Staat zu Grabe. Das ist die tragende Leistung der österreichischen Volkspartei, wenn wir nicht bald eingreifen. Und ich freue mich, dass wir als freiheitliche Partei nicht nur eine Person, sondern gleich mehrere haben, die dieses Anforderungsprofil erfüllen. Wir haben Manderl und wir haben Weiberl. Wir haben Männer und wir haben Frauen. Dazwischen haben wir nichts anzubieten, aber vielleicht hat ja da irgendjemand anderer was im Repertoire. Aber wir haben auf jeden Fall ein großartiges Angebot. Aber wir werden den anderen nicht die Freude machen, dass wir uns zu schnell in die Karten schauen lassen. Wir waren schon einmal ganz, ganz knapp bei unserem Aufstellen und haben dann alle überrascht. Und das Ergebnis war ein hervorragendes. Und genau so werden wir es beim nächsten Mal auch wieder machen. Die sollen sich alle in Sicherheit wägen und dann macht es einen Rumpler. Das ist die Strategie für die Bundespräsidentenwahl.